Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play von MS Plays. Heute Part 2 von TechHitsWorlds auf unserem Server. Genau, wir waren stehen geblieben bei unserem ersten provisorischen Lager. Und ja, falls ihr nicht wisst, also falls ihr den ersten Teil nicht gesehen habt, schaut ihn euch an, weil sonst wisst ihr nicht, was wir schon alles erreicht haben. Und was es geht. Wir haben schon einiges erreicht, oder? Ja, also ich würde sagen, die kann man mal so lassen, ne? Also schmalen wir. Also auf jeden Fall, falls ihr es noch nicht wisst, weil ihr die ersten Part nicht gesehen habt, wir machen hier unsere eigene Welt. Eine super Hightech-Stadt, in der ihr ab 01.01.2015 selber mitbauen könnt auf euren eigenen Grundstücken. Alle Informationen findet ihr hier unten in der Beschreibung. Genau, also auf geht's, nicht lange rumlabern. Wir werden jetzt jetzt, ja genau, wir werden jetzt weiter spielen. Ne, warte, 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 ich muss einen Wegpunkt machen, damit ich weiß, wo ich hinbeleite. Ja, da, W-Punkt ist pink. Warte, warte, warte. Das sind voll voll geile Gummibäumchen. Gummibäumchen? Ja, die geilen Gummibäumchen. Ja, die ist doch richtig geroll. Weißt du noch, wie es geht, mein junger Paravan? Gut, los geht's. Warte, 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 muss ich nur kurz in den Ofen werfen. Hab's gleich, Moment, ja, jetzt kann es losgehen. Los. Hallo. Okay. Los, mein Freund. Also laufe an mir hinterher, ich laufe zum Wegpunkt. Also, du weißt, weißt du ja, die Höhle von vorher. Ja, ich hab den auch, den Wegpunkt. Äh, korrekt von dir. Genau. Boah, das, das mit dem Sprinten, das nervt mich so übertrieben. Kann man das ändern? Nee, das ist eine neue Funktion von, ja, 1 irgendwas gewesen. Und jetzt in dieser Version geht das noch nicht. Toll. Tut mir leid, mein Schnelldiener. Hätte ich gedacht, das lag schon wieder bei mir da. Aha. Ist voll dunkel. Die ganze Welt, die lebt bei mir, ist... Aber ich jetzt nur mal so von Ping und allen hier. Ja, nein, die ganze Welt, die lädt bei mir. Also, ich sehe immer, bis ich hingehe, den Untergrund, weißt du? Ach so, ja. Nö, ist bei mir nicht so. Ja, ich bin unten. Hä, was ist denn da los jetzt, ja? Das nervt, das... Weißte. Hä, das verstehe ich jetzt schon wieder nicht. Ja, weil ich die ganze Zeit die ganze Map von unten sehe. Heck, ja. Ja. Wo bist du? Ich hab Sinn, ich hab Sinn, ich hab Sinn, was? Ja, ich bin unten in der Höhle, da geht's nur noch mal eins weiter runter. Wo geht's da eins weiter runter? Du bist ja... Na, du bist doch behindert. Wenn du in der Höhle bist, ne? Wo bist da du? Ich bin... Ach du... Da hinten, wo die Fockeln sind. Nein, da nicht. Andere Richtung. Wo die Marmolscheine sind. Nein. Ach so. Warte, wie bist du da runtergekommen? Ja, unten. Ich bin nicht mehr, aber grad davor warst du die ganze Zeit bei mir. Ja, Rotz-PC. Ja, mhm. Ist zwar... ... High-End-Gaming-PC, aber ist egal. Ich hab diese Scheiße gefunden, für Batterien. Wie heißt das? Ja. Oder? Das ist so weiß, so weißer Speermann-Schein. Wir brauchen aber noch auch... Da steht Silberohr. Ja, das gibt's auch noch. Nein, das ist nicht. Nee, das nicht. Perfekt, ich hab da... Ey, du asoziales Rott-Skelet. Ja, was ist Silberohr? Ich hab so... Das ist... Ja, brauchst halt auch vier verschiedene... Jetzt geht auch mal weg, ja! Äh, brauchst auch vier verschiedene Croft-Rezept... Rezepte. Also, schon wieder Creep-Extremien lassen? Ist doch richtig rödig. Ich hab solche Kristalle bekommen. Ja, ich hab aber auch welche. Zwei. Äh, wie... Ich hab Green... Green Saphir. Green Saphir. Ach, ich hab Quartz Crystal 2. Und Quartz Dust 3. Ja, okay. Oh, ich hab... Oh, ich hab wieder dieses grüne Ding gefunden. Was? Ja, weißt du, dieses grüne... Was du gar gesagt hast, oder so? Green Saphir. Green Saphir. Green Saphir, ja, das kann sein. Ja, das ist das einzige, was grün ist, was ich kenne, soweit. Und Uranium, ja. Hast du das gefunden, oder Green Rotze? Green Rotze. Also, glaub ich, ja. Das andere wär's auch besser. Aber... Ja, Green Saphir. Ja, ich hab noch mal Green Saphir gefunden. Boah, 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 boah. 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 Oh, ja, da. Alter. Hast du, hast... Wenn wir Reds... Wir... Wir... Wir müssen uns nicht gefunden. Ja, das ist auch nice. Brauchen aber erst ne komische Stein, ne? Wie heißt er noch mal, der Stein? Mini... 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 Stone. Oh, jetzt hab ich... Oh, ja, jetzt hab ich viel... Gold gefunden. Wir brauchen ein Redstone. Ja, schließt mich noch auch kein Ding. Ich find kein Redstone. Also, bis jetzt... Warte, jetzt ist der Diamant. Warte kurz, warte kurz. Hast schon Diamant gefunden. Ach, scheiße, das war Sinn. In der Dunkel. Boah. Alter, oh Gott. Alter, wie viel... Gold bei mir ist. Ich war... Ich bin grad fast gestorben, ne? Das wäre nicht so nice gewesen. Däh. Wie viel Pfeile ich in mir stecken habe. Alter, wie viel Gold... Und Queen Sophia, scheiße, oder? Ja, Queen Sophia, voll geil. Du kannst daraus, ähm... Woll die geilen Spitzhacken machen und so. Und... Blitz. Ja, wollt ich gerade sagen? Hat es bitte auch gedonnert? Und Donner war eigentlich. Blitz. Ja, ja. Ich hab auf jeden Fall die bessere Höhle gefunden als du. Wir sind in der gleichen sind so in der Richtung gelaufen. Oh, ich hab Lapis oder es ist Lapis-Lazeli. La-Zeli. Aber fuck das Lava-Tunten. Zrod我就 Move Brothers parler. Mit dem ăsten bist du bis jetzt so gewunden? Wie viel Eisen? Na? Gern. Ich habe Lapis Lazuli, oder ist das das? Kann aber auch sein, dass Blue Saphir ist Ja, Blue Saphir, scheiße Das heißt nicht scheiße, Saphir ist besser Also ist es besser Ja, Saphir kannst du wie Eisen oder so hernehmen Du kannst ja keine Rüstung machen, aber Du kannst Bitzhacken, Schwerter und so machen Okay Boah, fuck, Alter Jetzt wäre ich fast runter geflogen in die Lava Alter, er schreckt mich doch nicht so, du Rotz Scheiße Da hab ich noch gar nichts gefunden Brauch unbedingt die Wir brauchen unbedingt Redstone Da hab ich noch gar nichts gesehen Ja, auch nicht, das ist Shit Da hab ich noch gar nichts gesehen 42 Hast du schon 10, hast du 10 gefunden? Ja klar Oh mein Gott Nee Was denn? Fuck, ich hab 3 Diamanten gefunden Gar nicht Oder? Hey, was ist das? Nicolit, Alter, was willst du von mir? Wie schau... Ist voll rot, ey Hey, das ist... das schaut hier alles anders aus als... Ja, das ist ein bisschen... Das ist nervt voll, weil... Du kennst... du kennst aber die... Wir müssen unbedingt 3 Dias finden Ja... ich find die schon noch Wir müssen... wir müssen in Nether In Nether, Nether Also in die Hölle Da gibt's nämlich jetzt... War mal Portal Feuerzeug, ne, für Portal Ja, und Obsidian Ja, und Obsidian Also 3 Dias Ja, ist klar Daaaann... Oder wir gießen uns eins Was? Ne, die Obsidian, achso, Obsidian gießen Wenn du Lava hast... Wenn du... Ja, wenn du Lava hast, sag Bescheid, ne Ja, ich... Ja, brauch ich erstmal einmal Also ich bin bei Lava Da mach dir... Warte, ich komm gleich zu dir Ja Oh mein Gott, ich hab irgendwo jetzt schon gefunden Oder? Nee, das ist ein Retzmaragde, oder wie Safa... Ja, da gibt's, gibt's auch, das sind so-so-so... Das stresst voll, weiß ich Aber das sind immer so Rubine Rubine... so heißen die scheiß Rolle Also... Ooooooh, ich hab die einfach noch nie gespielt Dieses... Deck... Ja, das stresst mich schon Ich mein, aber ich find jemanden oder... Redstone Ich hab Redstone Ich hab Redstone Sauer Ja, wirklich Redstone Ja, sauer Ahso, ja... Wenn das jetzt irgendetwas anderes ist, krieg ich einen Anfall Aber ich bin echt in der heftigsten Hülle, da ist so viel Zeug. Redstone. Ah fuck, nein. 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 Ja. Ja. Was? Wie viel, Mann. Wie viel? Einer, zwei, drei. Oh, mein Gott. Oh shit. Fuck, ich kann noch nicht rüber. Ich verpiss mich jetzt dann. Ich komm noch nicht rüber, Meier. Kannst du aufhören meinen Namen zu sagen, du Arschloch? Ich schneid's raus. Ey, weh, du machst das nicht. Fuck. Da ist überall Redstone gerade bei mir, aber da ist überall die Fickte Lava, ich komm noch nicht rüber. Ja, du. Dann bau dich halt irgendwie rüber. Ja, da kann ich mich nicht rüber bauen. Das ist viel zu weit weg. Das geht immer. Ne. Ne. Ne, es geht nicht. Ja, ich muss jetzt sowieso wieder zum Lager, weil ich keinen Platz mehr habe. Ja, ich geh jetzt dann auch wieder zurück. Mach mir aber hier mal wieder einen Wegpunkt. Ja, bei mir ist auch heftige Hülle. Und ich glaube, ich auch Wegpunkt. Super. Hundesohn. Warte, warte da kurz am Lager bei mir, äh, auf mich. Hm, hm. Oh, nee, äh, warte, 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 warte. Bevor du irgendwas in den Ofen haust, warte, warte. Ich bin noch nicht mal draußen aus der Hülle. Ich muss erst mal wieder rausfinden. Ich weiß gar nicht, von wo ich... Ich muss hier meinen Deckpunkt setzen. Super Hülle. Okay. Mei, Hülle hörst geil scheiße. Hallo, ich bin ja glaube ich mal 200 Blöcke, nicht mal von meiner... Von... Boah. Von der... Von der... Von der... Base entfernt. Aber das ist echt ne gute Hülle hier, wo wir gefunden haben. Ja, das ist richtig. Muss ich bloß wieder rausfinden. Denn... Ja, ich finde da draus, ich buddle mich nach oben. Ich glaube, ich würde da nie wieder rausfinden. Ja, ich bin schon wieder draußen. Ich glaube, du musst das, was ich gerade gesagt habe, insofern du es mitbekommen hast, du auch rauskarten. Nö. Nö. Nicht mitbekommen. Sag mal leise. Gut. Was denn? Hör auf. Warum soll ich leise sein? Weil ich nicht rauskomme, Alter. Ah, deswegen muss ich leise sein, weil du inkompetent bist. Scheiße. Komme ich jetzt da hoch? Boah. Ich hab's ja gleich. Ich bin gleich oben. Hoffentlich. Ja, ich hatte schon Hühnchen. Ja, ich hatte mich auch draußen. Ich komm leichter wieder zu meiner Höhle runter. Also, das ist ein Schneesturm oder wie? Nein, das schneide einfach. Fuck, die will mich killen, Alter. Fuck, nein. Hint raus, ne? Ich bin hier kaputt machen und tötet die mich zuerst. Nein, hau sie einfach mit dem Schwert kaputt. Ja, aber ich habe keine Lust. Boah, die verfickten Vieh hier. Au. Kannst du mal, warte kurz, ich mög mich mal kurz auf TS. Okay. 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 Ja Leute, jetzt sind wir auch schon wieder am Ende angelangt, ich hoffe euch hat das Video gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst bitte ein Abo da und ein Like. Und unten in der Beschreibung steht alles andere drin. Vielen Dank fürs Zuschauen und ciao.